Mein Name ist Nadine Riemann-Englert und ich arbeite als Solution Sales Specialist bei Zebra Technologies. Heute möchte ich unsere Kommunikationsapplikation Workforce Connect vorstellen. Workforce Connect hat den Slogan The Power of One. Die Idee ist, die Kommunikation der gesamten Belegschaft zu unterstützen und das mit einer Applikation. Unsere mobilen Datenerfassungsgeräte sind schon im Einsatz, im Retail oder in der Logistik oder im Healthcare. Der Kern von Workforce Connect ist die Push-to-Talk Pro-Funktion. Auf einen Knopfdruck mit den Kollegen sprechen. Man kann sich auch Nachrichten senden und empfangen. Da man somit alle Kommunikationskanäle auf einem Gerät hat, welches eh schon im Betrieb ist, stärken wir die Effizienz der Mitarbeiter, indem sie nicht zusätzlich ein Telefon oder ein Mobiltelefon benutzen müssen. Beispielsweise im Einzelhandel, um Preise abzustimmen, in der Logistik, zur Abstimmung von Lieferterminen etc. Oder Probleme beispielsweise, wenn Pakete defekt sind. Alles, was Sie benötigen, um sprechen oder Nachrichten schicken zu können, ist Ihr Gerät und eine Datenverbindung. Und sollte sich in Ihrem Betrieb auch ein Apple-Gerät befinden, kein Problem. Sie finden Workforce Connect Push-to-Talk Pro auch im App Store. Für weitere Fragen zu Workforce Connect wenden Sie sich bitte an Ihren Fluster Key Account Manager. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.